Nächte ich brauche halt Geschwindigkeit Prozent die Hüte und Tümpel und Tümpel und Tümpel und Tümpel du die Lied Tümpel bei Akku Nieren Speichervorgang ja okay danke wir gehen hier in den komischen aber jetzt ein genau das kenne ich schalt an mannige frei Let's go okay Okay Oh jetzt noch So Sehr gut Ah Katze 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 So eine Trittbretter gibt's auch Wusch Und hoch Lass mich durch Bienen Bienen Ich glaub da oben war ich Ja da oben war noch was So Und rein da Hab ich beim anderen nicht weil ich zu schnell war Manchmal ist der Katzen Mario oder Katzen der Katzenanzug ein bisschen nervig Weil äh Ja ähm der halt gerne mal an der Huch Wand irgendwo hängen bleibt Und jo Na was will ich denn mit einer Feuerblume so ehrlich Also echt Der ist hier hinten Der ist zum Glück immer gleich Das ist ja schön Lali Lu Nur da meine Mond schaut zu Wobei hierfür hätte man den gebrauchen können aber ach was So Gut Und Bumm Sehr gut Da oben ist noch Upsala Ja sehr gut Mann Und Sprung Ran Wunderbar Ganz ausgezeichnet Ja genau So geht's auch So Lalalalalala Was aber schön ist äh hier auf jeden Fall Ich weiß nicht ob das Ich hab das vergessen ob das bei New Super Mario Brothers UU äh bla auch so ist Oh ja Da kann man auch nicht Geld machen Ähm Dass man hier Wenn man den Charakter wechselt Nicht Ähm Oder halt Trotzdem alles behält Also die ganzen Leben behält man Man behält die ganzen Dings Und so weiter und so fort Ähm Jo Gehen wir mal rein Das ist äh Ein Automat Springen gegen die Blöcke Und Reihe Intertische Bilder Du bist zu sieben Sieben pro Dann müssen die du einsam Das heißt du einen zusätzlichen Versuch Ah Nee Verstehe ich nicht Ein zusätzlichen Versuch Also Oh Fail Ah ärgerlich Ich verstehe nicht Was Was Mit Pro 100 Münzen Die du einsam Zählst Und Versuch Meint Ob man dann irgendwie Weil ich Sammelt so oft 100 Münzen Ein Naja gut Da ist auch noch so ein Neues Dings Gibt Tot Will hoch Hinau Tot Das ist noch relativ Einfach Da muss man Den Tot Hier Durch die Gegend Dingsen Captain Tot Der furchtländische Jäger Der grünen Sterne Bricht zu einem Seinem ersten Abenteuer auf Hilft ihm dabei Blablabla Man kann auch Kamera mit dem R-Knopf Oder mit dem Wii U Gamepad Klar Oh eins noch Captain Sauer kann nicht springen Also sehr vorsichtig Genau das ist sein Problem Er kann nicht springen Man muss mit ihm Langsam hier gehen Da hinten ist mal einer Man hat 400 Sekunden Zeit Das geht eigentlich Aber das ist in Ordnung Viel zu viel eigentlich La 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 Und man muss alle Sterne einsammeln Ups Mann jetzt hab ich das nicht gedreht Wollte ich gar nicht Bäh Nein nehm ich mit So Ups Ähm Haben wir da Ups Haben wir hier Wieder zurück Man hat auch zwei Hits Das heißt man kann einmal getroffen werden Jetzt muss ich da reinpusten So Und einmal rüber sprinten Und da muss Bärbel Bärbel Genau Bärbel ist auch dabei Und dann geht's weiter 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 So Bla 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 Keine Ahnung was stand da Hab ich vergessen Ähm Und dann gehen wir hier rein Da braucht man Eine bestimmte Anzahl An diesen grünen Stern Das heißt wenn du Immer durchgehst Ohne Grüne Sterne einzusammeln Ist natürlich schlecht Aber ich finde Um ehrlich zu sein Ähm Entweder sind die Zu Ich sag mal Schlecht versteckt Oh was ist hier Nicht drin Da war ich noch gar nicht drin Ah Nehmen wir mal Dies kleine So Ähm Na lohnt sich nicht Ich will meine Katze behalten Ich will kein Äh Feuerball Den kann man so schlecht steuern Finde ich persönlich Gut Gehen wir mal hier Rein Bowser Gibt Gas Ähm Toll Gut Oh ist das süß So putzig Ja Und wir spielen Fußball Ah Mist Mein Gott Sie ist viel zu weit Gut ich muss wahrscheinlich Erwann nur gegenlaufen Aber das ist glaube ich Auch mega einfacher Hier haben wir grünen Äh Grüne Münzen Die bringen uns natürlich Oder kann man sich denken Ein grüner Stern Hoppala Na knapp So Ach ja da war ja was Wenn sie kommt Dann kann man sie schießen Ach scheiße Oder Äh Baller Und Runter So Haben wir den drin Wir haben ja glücklicherweise noch Einen den Äh Einen hiervon So und Einmal hoch Und darüber So So Einmal da runter Dann Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden Das ist auch sehr praktisch Okay Was ist da Ist da was Weißt du was Achso da sind nur Zeit Ich glaube die brauchen wir nicht unbedingt Mein Gott Was mache ich denn hier Außer total schlecht sein Scheiße Ähm Dann versuchen wir es mal Auf die normale Art und Weise Das war wieder gut Jetzt sind wir klein Super Tot So Gut egal Dann können wir Wesen Mit Äh Ordentlich Na ja Na ja